... Halbenterroristen. Nein, ich denke nicht. Irgendwann war ein Spinnengewebe davor. Oh, ja, ist Fugbaum. Ja, Fugbaum. Ja, normal. Hey, Fugbaum. Eine Vogelspinne. Oh, das ist ein feines Tier. So kann man sagen, wir sind wie die Vogelspinne. Sollen wir viel zu fressen kriegen, wenn wir langsam bellen? So wie jetzt. Hier sind wir alle heiß. Jetzt sind wir alle da und sind wir schnell. Und heiß. Ich bin ein Gewehr vom deutschen Militär und ich stand, stand in einem Schrank. Ich gehörte einmal dem deutschen Militär. Jetzt bin ich zu Hause bei Frank. Ich bin ein Gewehr vom deutschen Militär. Und ich stand, stand in einem Schrank. Ich gehörte einmal dem deutschen Militär. Jetzt bin ich zu Hause bei Frank. Jetzt bin ich zu Hause bei Frank. Ich bin ein Gewehr vom Militär. Immer wenn er Bock hat, nimmt er was mit. Ich bin ein Gewehr vom Militär. Ich bin ein Gewehr vom Militär. Ich bin ein Gewehr vom Militär. Und kann ich! Ich bin ein Gewehr vom Militär. Aber ich bin ein Gewehr vom Militär. Ich bin ein Gewehr vom진er. Er hilft gern, was du gut darfst, egal wofür, Frank fragt nicht nach, er hilft dir gern. Schwerkzeug, sein Düsterwass haberkmyselt. Wir wollen keine, wir wollen keine, wir wollen keine man... Freie Wunderschutz, Freie Wunderschutz, Volleins, 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 nach Leventut! Ne, ich will den Revolver und den Besi haben. Den will ich haben. Den krieg ich später. Jetzt misch ich richtig mit. Also normal, da kannst du jeden fragen, kein richtiger Kneipenterrorist. Mitläufer. Mitläufer. Aber jetzt will ich sie haben. Und jetzt ist auch Laboe fällig.